Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Crusader Kings 3 Serie, ihr Lieben. Und wir sind ganz erfolgreich gewesen, zuletzt mal ein paar sinnvolle Kriege geführt, die tatsächlich auch was gebracht haben. Es soll ja noch Wunder geben. Und aktuell müssen wir einen Nachfolger finden. Wir suchen ja erstmal einen für den Panther. Bürgermeister Adalberto von... nicht als Mutter, Adalberto von Kiel irgendwas. 10. 10. 10. 2. 2. Drum. 4. So, Gauss, Berto, 16. 16. Berto, 16. So. Bevor wir das nachher vergessen. Wir können Geiseln anbieten. Was heißt denn das? Für wen? Was wird uns das bringen? Äh, Yassi, was wird uns das da bringen? Die Frage. Ihr könnt Geiseln, mehrere benachbarte Herrscher mit Vasallen oder mächtige Vasallen würden euer Angebot der Geisel annehmen. Okay. Jetzt keine meiner Töchter geben. Wir können Geiseln austauschen. Hm. Amme können wir noch anstellen. Die... Also das sind alles so Neuerungen übrigens, ne? Die jetzt auch mit dem letzten Update gekommen sind. Also, äh, nicht wundern, warum ihr das nicht kennt. Wunderliche Änderung der Hofpracht. Verregert die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder sich Erkrankungen durchzuziehen. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Dann Vormund für sie. Dann... Dann noch... Dann könnten wir noch Lösegeld bekommen. Wir können Geiseln fordern von verschiedenen... Leuten, Beispiel vom Königreich von Lyun. Wir fordern jetzt mal keine. Austauschen könnten wir grundsätzlich schon. Meine Tochter könnte ich da hergeben. Aber das wollen wir ehrlich gesagt auch nicht unbedingt machen. Papst. An den Papst wollen wir nichts übergeben. Aber hier könnten wir was übergeben. Jawohl. Jawohl. So. Den Papst, den Papst, dem geht nix. Und ansonsten... Mögliche Bündnisverhandlungen. Ne? Nicht so richtig interessant. Wir können Zahlungen verlangen. Das ist vielleicht interessanter. Einiges hier, ne? Also zum Beispiel 135 tun. Können wir noch was verlangen. 90 wäre noch spannend. Ja. So. Ordentlich. Miete, muss man sagen. Wir können aktuell nix weiter ausrüsten in Byzantion. Das ist leider so rum. Wäre noch spannend. Können wir das hier aufrüsten? Auch. Ich glaube, Rom ist solches. Werden wir wahrscheinlich nicht behalten. Aber... Ich lasse den mal ein bisschen aus. So. Könnte man natürlich auch in der Folge sehen, welche Titel verloren gehen. Zum Beispiel Italien, Armenien, Robotelo, Beccio, Bergamo. Und verhalten würden wir ein paar Sachen. Zum Beispiel auch die Grafschaft Rom steht da zumindest drin. Ich hätte nie erwartet, dass wir einer Freundschaft so nahe kommen. So wahre Freude findet man selten. Fraktionen gegen uns. Aber es gibt eigentlich keine große, spannende Fraktion, die wir berücksichtigen müssten. Religionstechnisch sieht alles gut aus. Kroatien logischerweise aktuell noch nicht wirklich drin in dem ganzen Thema. Das ist aber auch irgendwo verständlich. Böhmen verliert gleich die ersten Kriege. Da könnten wir dann mal sehen, wie es damit so weitergeht. Der Fluch endet um keinen Tag zu früh. König Ulrich von Bayern stirbt. Und das heißt, wir haben einen neuen König am Bayerischen Hof. Der hat keine Verbündeten. Hallo, ich bin's. Der kennt Rigo. Ich hätte da mal eine Frage. Und zwar... Möchtest du uns vielleicht dein Kernland geben? Wäre das, was du dich... Wo du dich siehst. Wäre das, was, wo wir dich vielleicht von überzeugen könnten. Ich stille, aber bestimmte Gewalt. Das ist durchaus jetzt ein Thema. Und ich hätte Bock, Bayern zu bekommen. Klar, da müssten wir uns wahrscheinlich gegen den ein oder anderen katholischen Menschen hier wehren. Aber wir haben ja auch schon eine ganze Menge kentrigische Kollegen am Start. Das ist ja definitiv so. Deswegen ist das Thema natürlich weiter interessant. Bayern einzunehmen, generell interessantes Thema. Wie gesagt, nur hier irgendwie mit einfallen. Das ist nicht mehr so wie früher. Leider, muss man sagen. Durch geht uns natürlich ein bisschen was verloren. Aber wir können jetzt nur noch irgendwelche Herzogtümer erobern. Oder eben hier dieses... Das heißt nicht... Also ihr übernehmt alle Titel im Reich von König Radoslav, die die Jure zum Zieltitel gehören. Das heißt, wenn ich jetzt Bayern übernehme, können wir mal gucken. Wir würden ihn angreifen, dann würden wir bekommen. Ihr könnt nur einmal im Leben Invasionskrieg gegen Titel und dem Rang des Königs. Wir bekommen dann die verschiedenen Grafschaften. Alle die Jure Vasallen werden Vasallen von euch. Ihr haltet Ruhm. Und ja, dann ist halt die Frage, was habe ich davon? Ich bekomme alle seine Titel. Und ich glaube, dass es dann so ist, dass ich vermutlich, das vermute ich, ich weiß es nicht, ich den Titel einfach übernehmen könnte. Der mir dann automatisch sowieso gehört. Das Thema ist ja, wir wollen ja... Kein Großreichtip, das wollen wir nicht kriegen. Wenn wir einen Religionskrieg anzetteln würden, dann wäre eben die Wahrscheinlichkeit, dass eben dann noch ein paar Katholiken was dagegen haben, eben größer. Dementsprechend bin ich eben gerade dabei, das hier zu machen und dann in Bayern einzunehmen. Das würde dann um den Bereich Bayern gehen. Ich weiß nicht, wieso Salzburg und Berchtesgaden werden die ganze Zeit irgendwie so blau angezogen. Der hier ist noch nicht dabei. Regensburg und so weiter. Schwierig. 22.000 gegen 42.497 Klingt machbar, ne? Frage ist auch jetzt oder nie. Demokratie. Nie Demokratie. Ja, der ist gerade so schwach wie nie und verteidigt sich oder ist auch noch gerade Angreifer in einem anderen Krieg hier unten, wo er eigentlich auch nichts zu suchen hat. Und unser Kollege hier ist mit ihm verbündet. Das ist schwierig, schwierig. Dann könnten wir theoretisch immer noch einen Religionskrieg danach führen. Das ist ja auch noch krass, ne? Boah, ey, ich habe gerade Sorge, dass ich schon wieder einen Krieg führe, der dann zu nichts führt. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist, wir sind nicht so krass überlegen, wie man jetzt, wie in den letzten Kämpfen auf jeden Fall. Das wäre nicht der Fall. Und die sind wahrscheinlich auch schon hier irgendwo unten, weil die helfen, ja, ne? Und unsere stärksten Verbündeten, Bulgarien, müsste man halt dann schauen, ne? Komm. We try. Wir versuchen es. Hier sind die Truppen von Bayern. 22.000 an der Zahl. In der Nähe. Ja, wir heben die Truppen aus. Die heben da aus. Stimmt ja, da war was. So, die haben wir an. Gut. So. Dann wollen wir gerne... ... so verbündeten. Ja. Kann ich mithelfen, Westfranken? Das, die wollen wir nicht hupen. Hm. So. Dann. Wissen wir wohl oder übel. Erstmal klarkommen. Wir haben, glaube ich, Nachfolger gefunden für den Panther, ne? Da war doch was. Da hab. 13. Ähm, yes. Verbündete treten bei. Fine. Wir müssen so ein bisschen beobachten, was wir machen. Ähm. Ja. Auf acht. So. Die Verbündeten. Jetzt müssen wir mal gerade noch gucken. Wir könnten ja mal... Wieso bin ich eigentlich nicht mehr mit El Andalus? Warum bin ich nicht mehr mit denen verbündet? Obwohl die doch... ... mit uns so gut sind. Ähm. Wir können nicht aber in den Krieg rufen. Für 225 Bekanntheit. Der würde mitbringen. 17.000 Truppen. Hi. Ist der jetzt schon da? Ist er schon dabei? Ah ja. Ja. Klar, jetzt werden natürlich hier so kleinere Sachen belagert. Aber das ist dann nicht so wild. Wir belagern die Hauptstadt. Ich bin ein bisschen hier aufbegehrt gegen mich. Auch klar, wer das ist. Das sind hier... Also Leute. 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 Ah, das schenken wir ja. 10.000. Schenken wir ein Artefakt. Kannst du noch nicht ausrüsten. Okay. Hauptbuch. Annehmen. Okay. So. Haben beide Lagerungen gewonnen. Zack, zack, zack. 14. 5. Ja, warte mal. Das macht... ... jeden Preis zu gewinnen. Macht keinen Sinn. Ähm, genau. Wir wollen die weiter rauspushen. 7 Meinungen. Ist wenig. Titel können schaffen werden. Genau. Machen wir da den Trick der Tricks. Voltenia schaffen wir. Und vergeben wir direkt. Gucken wir nochmal, wer das denn mal war. Und dann schauen wir, dass wir ihm ein bisschen was ihm geben lassen. Lass uns schauen. Friuli. So, wo ist er denn? Ups. Juli. Mein Gott. Vornamen. Rinaldo. 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 Er soll auch. Zack. Und dem schenke ich Oltenia. Und dann sagt der, boah, bist du ne geile Sau. Und dann schaffen wir den nächsten Titel. Benevento. So. Auch den schaffen wir. Und dann sagen wir, das war total gut. Jetzt schenken wir das dem Zubor. Bist du denn? Bumm. Und dann sagen wir dir, weißt du. Danke dir. Bumm. Für all das ganze Tolle, was du dir bisher gebracht hast. Bumm. Sehr. Super toll. Richtig gut. Beide 100%. Beide werden sehr wahrscheinlich gleich sagen, wir gehen mal hier raus. Und das ist der erste, der rausgeht. Und damit haben wir nämlich auch nur noch eine gefährliche Fraktion. Was könnte das sein? Seltsames Geräusch. Es ist natürlich wie immer das Thema der Überraschung. Erschwert. Fischkultur erschaffen. Jetzt werden hier ein paar Dinge von uns reingenommen. Schlange bei Hofe. Es ist halt so, wenn wir uns jetzt natürlich hier auf der Vermeidungsstrategie befinden, dann werden wir uns nie treffen hier. Deswegen müssen wir gleich wahrscheinlich selber proaktiv runterlaufen. So. Belagerung gewonnen. Wir sind bei 26%. Dann laufen wir einfach. Glaube ich. Bis zum besseren Ende. Seit der Nachricht der Krankheit von Leo mich erreicht hat. Ähm. Rivale von uns finde ich einfach keinen Frieden. Ich muss es einfach in meinen eigenen Augen sehen. Nun bin ich da mit dem schwachen Leib nahezu reglos auf dem Weg liegen und sehe. Damals bin ich überwältigt von widerstreitenden Gefühlen. Habt ihr mich überhaupt erkannt, Pflegel? Ähm. Scheint alles hier zu sinnlos, nicht wahr? Freunde von Prinzessin Esther, obgleich mit ihrer zahlreichen Versuche meine Gunst zu erschleichen nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von ihrem plötzlichen Interesse. Habt ihr Gesicht nie wiedersehen. Gehen wir hier runter. Warten ein bisschen, was jetzt da passiert. Problem ist tatsächlich, dass wir hier viele Truppen auf dem Weg verlieren. Wir sind unterlegen. Wir wären auch die kleinere Streitkraft. Deswegen müssen wir so ein bisschen, äh, gerade gucken, dass wir vielleicht... Irgendwie sind das auch nicht so viele Truppen, wie ich mir so gedacht habe. Da fehlen doch noch ein paar, oder nicht? Dann hier All Andalus. Also die Gefahr ist natürlich groß bei so einer Truppe jetzt, äh, die dann da, äh, dran steht, dass die dann... Die müssen eben gefährlich werden, gerecht, der Haupterbe. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben die Truppen aufgespaltet. Wir haben die Truppen aufgespalten. Das ist allerdings ne gute Geschichte. Jetzt müssen wir... Jetzt... Manchmal, ne? Dieses Spiel macht mich manchmal kaputt. Warum? 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 Warum sind die so dumm? Warum sind die so dumm? Jetzt mal ohne Scheiß. Warum helfen die uns nicht? Sind die eigentlich nur noch behämmert? Da kommen die viel zu spät an. Die hätten uns von vornherein helfen sollen. Die sind an uns vorbeigerannt. Wie kann man so bekloppt sein? Ehrlich. Dann holen die sogar noch ein, aber jetzt verlieren wir den Krieg. Ist so sinnlos. Ist so sinnlos. Ihr hättet von vornherein helfen sollen. Das war einfach nur bekloppt. Es war einfach nur bescheuert. Und das seid ihr selber schuld. Das war richtig dumm. Das hätte man überhaupt nicht verlieren müssen. Überhaupt nicht. Es ist wieder so ein Klassiker, ne? Es ist wieder der absolute Klassiker. Absolut sinnlose KI-Steuerung. Das regt einen dann echt auf, weil das war richtig, richtig unnötig. Ah ja. Okay. Wir müssen mal ganz kurz vorsichtig sein, dass die uns hier nicht gefährlich treffen. Äh, ja. Natürlich sehr ungünstig gelaufen. Frag mich aber auch, wo sind denn jetzt schon die ganzen Truppen? Ich habe so viel verloren. Ich helfe mir hier wenigstens beim Bauern Ausstand. Ich habe immer noch irgendein geiles Dynastien mitgebracht. 8000 hier. Der, ja, der ist ja schon. Okay. Okay. Dann müssen wir allerdings nochmal ein bisschen anders planen. Sie. Dann Materialien, ja. Dann Bismarck bitte. Und dann schauen. England wäre sinnvoll. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Haben wir England schon? Jetzt. Ich, ne? Ich, ne? Okay. Jetzt gibt's reichen. Jetzt müssen wir. Ich, rech. England geschmiedet. Perf. Dann. Hätte ich England gerne. Corona. Ja. Das ist ja schon mal fein. Jetzt kommen auch noch die Englander. Das ist ja schon mal fein. Dann gehen wir jetzt mal eben ein bisschen. Beeilt euch, Lenzel. Ich muss das hören. Die Amel Kanzler führt mich eilig in die Gemüche meines Kindes. Euphrasia Kanzler deutet aufgeregt auf Euphrasia, als beuge ich mich dem Kind hinüber und lausche. Jesus. Sieht aus, als hätte Euphrasia schon jetzt zum Glauben gefunden. Okay. Wie entzückend. Gibt es süß, wa? So. Mal erobern. Dumm. Teilen gerade ein bisschen auf. Kapfer ist auch gut. Antonia gelingt erstmal etwas Zahnen. Mit meiner Erlaubnis halten meine Tochter Antonia und ihre Amel Einzug in mein Gemach. Kanzler stellt sich wie ein Hofherold auf und verkündet, Lenzel, ihr werdet Zeuge eines monumentalen Ereignisses. Antonia hat ein mächtiges Geschenk für euch. Sie schubst Antonia nach vorne nur zu. Antonia sagt es ihm. Vater, ich habe gerade einen Zahn verloren. Herrlich. Aber behalte lieber euren Zahn als Lücksbringer. Hier ein Geschenk, verlangt nach einem Geschenk. Okay. So. So. Und, äh, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist echt doof, dass hier... Ist echt... ...region. Wir gesunden gerade etwas, indem wir unsere Versorgungsschwellen hier... Achtung. Könnte interessant werden. Wir sind ja eigentlich genug, ne? Aber es ist halt schon wieder so dieses Thema... Sippe. Was machen wir? Mittlerer Bonus, würde ich sagen, ne? Meinung Ehepartner plus 10. Das finde ich eigentlich ganz cool. Äh, Kriegskonsten war echt gar nichts bisher. Cool. Ähm. Ah, gut. Machen... Machen das hier. Einfach auch, weil wir danach noch dieses Thema... Komplott... Erfolgschance gegen Dynastiemitglieder. Die Verwandtschaft mag uns mehr. Das ist, weil wir ja immer stärkere Verwandtschaft haben. Auch sinnvoll. So, jetzt haben wir folgende... Jetzt haben wir folgende Chance. Achtet mal. Machen wir mal ganz langsam. Also. Mal gucken. 11.000. Das ist schon wieder... Die hier, ne? Oh, die Engländer brauchen zu lange. Aber wir verpassen gerade echt eine gute Gelegenheit, ne? Und die sind hier auch noch gegenseitig im Krieg. Das ist doch... Da letzte. Äh, hinterlistig. Ja. So. Wo kommen die Engländer? Ja. Ist hier ein Zustand... Wisst ihr, was ich... Wisst ihr, was ich meine? Das wäre so sinnvoll gewesen. So gut gewesen. Offenes Geheimnis. Verbrechen darf nicht aufgesühnt bleiben. Klassiker. Verruf nach. Gutige Nase geholt. So. Mal jetzt gucken hier. Ja. Und jetzt bitte. Jetzt bitte, bitte, bitte. Ordentlich. Ich höre einen Temud aus meinem Gemach und meines Nachwuchs. Dann tun ja ich alle hinein und sehe, wie die Anne mit dem Spiel lehnt. Sie ja genau zur rechten Zeit. Und haben ja gerade ihren ersten Schritt gemacht. Aber... So. Jetzt brauche ich Unterstützung. Und jetzt guckt euch das mal an. Jetzt guckt mal, wie die helfen. Die hier laufen in die falsche Richtung. Die hier bekriegen sich selber. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Was ist das für eine Hilfe? What the fuck, man? Ich meine, wir schlagen die jetzt, aber... Da brauchst du keine Verbündeten, wenn die so helfen. Ehrlich. Der Hammer. Ich komme nicht drüber weg. So. Okay. Haben wir gewonnen. Immerhin, ja. Immerhin. So. Ich vertraue eurer Einschätzung. Schwindsucht. Thomas ist krank. Das ist so... Die führen untereinander Krieg, ne? Da packst du dir an die Banane. Also das ist wirklich... Das ist so Banane. Da packst du dir an die Banane, wollte ich sagen. Nein. Nee, nicht. So. Ähm. Geht unterrichten. Wir gucken mal ganz kurz. Summe aller Werte. Und dann unser Hofarzt. Und dann geben wir folgendes. Der könnte uns nämlich noch ein Bündnis bringen. Mit Kroatien zum Beispiel. Das wäre ja nicht so. Wobei, eher theoretisch... Wollen wir mal kurz überlegen. Das ist ja kein neues Bündnis dann. Eigentlich zu alt. Sechs. Erst grad ein Jahr. England haben wir schon. Das ist ja schon ein Teil von uns. Das wird ja nicht dann noch zusätzlich Ressourcen haben. Hier wäre noch interessant. Was ist hier mit? Ja. Könnte auch noch mal 5000 geben. Auch nicht so schlecht. So. Die können auch noch reinkommen hier. Machen wir das doch eben schnell. So. 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 Wie wir kommen welche. So. 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 Und versuchen, den Invasionskrieg zu gewinnen, was sich tatsächlich etwas schwieriger herausstellt, als es denn dann jetzt so doch zu sehen war. Ja, hoffen wir einfach mal, dass wir hier demnächst dann erfolgreich weiterspielen können. Das machen wir aber noch eben, Bürgermeister. Es ist halt immer so dieses Thema, wenn man dann einmal dran ist. Kennt ihr das? Ah, nur noch das. Nur noch das. Und der hier ist zum Beispiel. Hier, Sporius 13. So. Dann hat jeder, ne? Hier wird gesucht. Okay. Denn, that's it. Was haben wir hier noch? Effe, Bündnis. Ja, okay. Na ja. 1854. Na ja. Na ja. Okay. Dann machen wir hier, wie gesagt, an der nächsten Stelle weiter. Hoffentlich dann mit einem Sieg über Bayern. Schauen wir mal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Kentrico. Ciao, ciao.